Ich bin ein überzeugter Pessimist, weil ich nicht den geringsten Anlass für Optimismus sehe in unserer Welt. Und weil die Optimisten immer daran waren, diese Welt zu zerstören. Die Fahrt nach Paris hat fast ein bisschen was Mystisches. Sicher auch die Fahrt. Beim Schauen schaut man immer auf zwei Seiten, nach außen und nach innen. Der Beste hat Katze krasse. Du bist der Zweitbeste. Den Besten hat die Katze gefressen. Ihr wunderbarer Roger Peter. Er ist Schweizer, ich bin Schweizer, also sind wir gleich. Ich habe meine Heimat dort, wo ich meinen Ärger habe. Schön wäre es, wenn ich meiner Partnerin gar nicht treu sein müsste, weil ich sie liebe. So ist es, sagt man. Ein Baum zum Beispiel ist so. So ist ein Baum. Und ein Baum ist nicht so. Und alles ist nicht so. So ist es. Ich ärgere mich schon ein bisschen über eure grauen Haare. Ich ärgere mich mehr über eure grauen Haare als über mich. So ist es, ich bin froh und der Kleine Haare. Ich bin froh. Wie